Es ist der erste Vorwahlssieg für Nikki Haley. Donald Trumps Herausforderin sicherte sich 63% der Stimmen in der Hauptstadt Washington D.C. Trump kam lediglich auf 33%. Haley sicherte sich damit alle 19 Delegierten Stimmen. Washington D.C. gilt als Hochburg der Demokraten von US-Präsident Joe Biden. Trumps Republikaner sind dort bei Wahlen ohne Chance. Daher gilt das Ergebnis als wenig repräsentativ für den Rest des Landes. Haley hatte die sieben Vorwahlen davor verloren, schnitt aber mitunter deutlich besser ab, als Umfragen vorhersagten. Für Trump ist es zumindest ein Ärgernis, dass er in der Vorwahlserie nicht mehr ungeschlagen ist. Entsprechend pumpig reagierte er auf Haley's Sieg. Auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social schrieb der Ex-Präsident, er habe sich absichtlich von der Wahl in Washington ferngehalten, weil es ein Sumpf ist mit sehr wenigen Delegierten und keinen Vorteilen. Haley's Team dagegen sprach von einem historischen Ergebnis. Noch nie zuvor hat bei den US-Republikanern eine Frau eine Präsidentschaftsvorwahl gewonnen. Es sei außerdem nicht überraschend, dass die Republikaner, die der Dysfunktion in Washington am nähersten stehen, Donald Trump und sein ganzes Chaos ablehnen.